Ja, schönen guten Morgen, liebe Leute, wir sind hier in Rosenberg, Ratzeburg. Wir starten jetzt mit der drei dicken Muskeltour, das ist genau das Richtige für uns, da wir alle sehr sportlich sind und ich würde sagen, das dauert jetzt auch den ganzen Tag und morgen sind wir dann komplett fertig und können nichts mehr machen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wartet jetzt auf uns die drei Sine und das Fahrrad und das Konferenzfahrrad und das Drachen. Und dann sind wir alle platt und fahren nochmal hin. Und dann haben wir alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und eins und zehn und und neun und zehn. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018